Vorwein aus der Kurve heraus mit dem beschneuigen Beginn. Achten Sie darauf, langsam und beständig auszugeben. Ja, das hier geht ja schon ein bisschen anders hier. Ja, leicht quer kommt das Ding schon. Und ja, auf jeden Fall das Menü bzw. auch die Grafik hier unten, wie ihr seht, haben sie im Gegensatz zu Gran Turismo 5 verändert. Also eine Runde müssen wir nur fahren. Aber das Auto gefällt mir, das ist wirklich das erste Auto.